einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wie ihr seht insectum epic battle of bugs wollen wir anzocken dann sah er recht cool aus leider kann man die lautstärke nicht anpassen ich habe jetzt so eingestellt dass es kaum einen balken hat und meine stimme lauter ist ich hoffe das reicht doch so nehmen wir mal story modus so wieder so rundenbasiert wie es aussieht und natürlich wieder alles englisch dass man nix lesen kann ernst toll mit steuerkreis geht es aber besser durch ich habe da welche warteschleife dann nehme ich mir die mal hier auf die greifen jetzt da oben an den hebe ich mir auch mal auf warte da war nichts noch an ich muss mal warten ich muss mal warten die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Noch mal rein, hinterher, noch mal greif, noch mal Dreieck, und X. Scheiße, kommt schon wieder so groß. Scheiße. No, jetzt wird er mich doppelt. Ja kann wieder abholen. Scheiße. Hm, normal. Versache ich schon in der zweiten Runde, oder? Ja. Ich verteidige mich ja nur. Kann ich hier nicht irgendwie noch die Qualität auswählen? Ne, kann ich hier nicht. Scheiße. Versuche ich mal jemanden da her. Auch jemanden da her. Greif. X. Dreieck. Ja, die haben zu viel Bonus. Aber so schnell. Ich hab' ihn ja noch gegen den Umverteilchen. Ja, ich hab' ihn nur gegen den Umverteilchen. Ja, ich hab' ihn nur gegen den Umverteilchen. Der hat aber auch schon wieder. Der hat aber auch schon wieder. So, die Hege, die Hege, die Hege, die Hege, die Hege. So, die Hege, die Hege, die Hege. So, die Hege, die Hege, die Hege, die Hege. So, die Hege, die Hege. So, die Hege, die Hege. So, 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 die Hege. die Hege. So, 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 die Hege. Verscheiße sie doch! Immer versuch ich's noch. Und dadurch, dass sie so nah rankommen, können die sich alle einkreisen? X... Kreis... Aber ich genieße mich jetzt... Oh, jetzt bin ich durchgekommen. Oh, ich erinnere mich an. Yes! X... X... Zahn... Puh, endlich! Jetzt krieg ich nen fetten Nase am Gäfer. Okay. Drei Eck... Kreis... X... Drei Eck... Kreis... X... Dreieck... Weiß... Weiß... Muss ja die fetten zuerst mal sein. Ja, der war jetzt taktisch falsch. Oh, die Moskito steigen werden. Sie sind auch noch falsch. Die Moskito steigen werden. Sie sind auch noch falsch. Die Moskito... Werden Sie nicht. Die Moskito steigen! Und das hier wäre schon schön. Eine neue Kielung! Sie sind einfach ganz wichtig. Sie sind einfach nicht aufgerätten mir. Sie sind einfach nicht beim Haufen. Sie sind auch nicht im Ernst. Sie sind einfach wichtig. Masch die Euro precis. Das ist schon wieder der Controller. Der Controller fast leer ist, ist zum Gotten. Da hab ich ihn verloren. Ich muss hier echt mal einen neuen Controller haben. Das ist echt nervig. Jetzt hab ich schon mehr Insekten frei. Ich muss den Großen zuerst schicken vor. Dann die Klemeren, die von Ferne, die können von hinter dem Großen aus der Deckung angreifen. Dann die Moskitos, die gehen drüber und greifen gleich das Nest an. Gut, machen wir so. Ja, Controller, Alter. Es ist nicht normal. Drei bis vier Stunden hält er noch. Der ist auch schon wieder leer. Den hab ich doch letztens erst gesagt. Ohne Worte. So. Den fetten. Den fetten. Und den fetten. So. So. Die halten die schön auf. Dann den von Ferne. Den von Ferne. Den von Ferne. Den von Ferne. Da. Den von Matrix-Mшейte. Dreieck. das ist scheiße die Mücke. Dieser noche nur im Kampf. Hook. This one. moreziehime valuables. Den von perception-out. und 5 6 5 5 5 5 5 5 6 7 9 10 5 3 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 4 3 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 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 11 12 10 1. 2. Mist, falsch Knopf. Dreieck. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir wollen... Ne, aber weiter wollen wir nicht. Wir haben jetzt hier eine halbe Stunde gespielt. Ja, kleine, knifflige Spiel. Ja, da kommt ein Baum, da kommt ein König oder auch noch und dann kommt eine neue Landschaft. Da können wir noch einen Haufen Neue freigeschalten. Und neue Landschaften. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist auch taktisch. Scheiße, wollen wir jetzt nochmal? Ach komm, scheiße, wir versuchen es nochmal. Vielleicht kommen wir ja bis zum Endboss, dass wir uns das wenigstens noch angucken können. 12, 12 habe ich hoch. Okay, dann machen wir X, 4, 3, 4, 3. Ne, 3. Dreieck Kreis X 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 Dreieck X Kreis Kreis Dreieck X 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